hi und willkommen mein name ist an die rolle p und ich bin mittel mario war es da und wir gehen jetzt in die war vor in mario party beim letzten brett geburtstagsvorte habe ich ja gnadenlos gewonnen ausgezeichnet was es geschafft ohne zu schieten ja ich immer außer wirst du etwas soll sagen ich cheater ich habe gesagt was ich geschafft ohne zu schieten ich würde niemals entschieden nehmen wir nehmen luigi und den affenbitt das ist dann hier schießt minsel okay mit die beiden getrennten joshis wieder zueinander aber ich bin auch hier ja okay meine geliebte irgendwo was ist hier los joshis tropical island meine brüder und schwestern ja und so heißen alle hier ich werde euch herumführen joshis leben auf der wassermeloneninsel und der honigmeloneninsel auf der insel in der mitte ist ein joshis eingeschlossen und kann nicht entkommen sein bester freund schaut schon ganz traurig vom strand herüber helft bitte hier ist doch ein rad passt auf baba spielt gern mit den fragezeichenfeldern also das ist die stadt halt wohl bestimmt ausgezeichnet mal die gleichheit war einer von uns ist erster ja jetzt mal weil ich ist und jetzt bist du es wieder gut wo sind die sterne da sind sie auf und davon ja nachdem ich das hier wieder mal umgestellt habe auf auf und davon du musst mir mindestens eine bünze zoll bezahlen was möchtest du ich möchte passieren du darfst durch sehr billig ja ausgezeichnet unglaublich immer teurer ja bis maximal 50 münzen oder eine derzeit sogar drei münzen gruselig anzahlungen mit geistern bei der schatten der sich als erste bewegt ja weil ich gar nicht so einfach sitzen über ganze zeit ich würde mich lieber bei den wollte ich nicht angreifen und den oben angreifen ich hätte es aber auch gedacht dass der daneben der erste war gut los mit ziemlich sicher ich komme dagegen irgendwie irgendwie wieder aufbauen weil so läuft das ist definitiv nicht so ausgelegt dass wenn man einmal am boden ist man irgendwie nicht mehr aufbauen kann ich weiß ja nicht weil wir wissen ja was das spiel letzte runde mit dir gemacht hat ich möchte nicht darauf eingehen gehen okay okay hey mein liebiges memory und mit anstellen ja aber wir auch das ist blöd ich glaube den hat ich noch nicht mehr so typisch ist tp weil ich könnte direkt den nehmen der neben ist aber ich gehe extra den ganzen weg da hinten hin zu dafür soll es eigentlich kein break des buch machen vier menschen das ist so jetzt weiß ich dass ich in die mittel gehen muss ja dafür muss einfach nur auf irgendein gehen Nein! Mines, mines, mines ich gar nicht gut ausgezeichnet ist das mario wenn du aus der ferne von joshy ja ich habe nicht hingesehen es tut mir leid eigentlich egal was du nimmst sowieso nur in welche richtung dieses brett schon wieder gehen ich muss es nur hier vorteil haben und das glaube ich jetzt nicht jetzt bitte mario ich habe nichts mehr zu verlieren also der browser umbruch jetzt kannst du das verlieren das ist die browser revolution wie meint ich kann nichts wenn ich habe 0 ja warum hast du dann elf jetzt habe ich einfach so gut habe ich nichts verloren ja alle münzen werden gleichmäßig aufgeteilt irgendein grund darum lang mal 12 ob wir gar nicht auf der frage zeichnen wer weiß was dann passiert aber da musst du zoll bezahlen vier münzen du darfst durch super großartig ausgezeichnet noch ein bausache alle haben haben wir es gerade ein rotes feld betreten wähle dann schickt baus aus griffen passen auch gleich schon wieder mein geld verlieren ich auch du bist jetzt immer 90 bekommen jetzt war wenn es so ein bisschen ab aufwärts mit mir gebe ich bin einfach alle meine münzen nach einpacken sondern toll macht man hat in der wangen ziehen das ist auch nicht gut alle auf 0 mit all meinen minzen einpacken soll das schlimmer ist im ersten zug ja unser aller aller lieblingsspiel irgendwie wien lozid premia ja im wachtraum mich als bürger schlafparalyse haben ja 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 ist nicht nein bleibt auch mein bruder und ich wusste es hat irgendwann irgendwann machen also muss die initiative ergreifen jetzt habe ich sowieso keine chance mehr auf den stern nehmen können ja ja genau klappt mit neuen münzen hatte ich verprügelt mit dem hammer haben ihre position getauscht das heißt auf der insel wo wir jetzt gerade sind ist jetzt browser wieder ich bin jetzt ja und ich bin jetzt hier münzen oder sterne läuft ja spiel irgendwie so weit ich 20 spiele oder so habe ich gesagt ja ich bin da nur 20 der hat der milch 50 weg auf dem boden dann auf dem boden der tatsachen landen das nicht mehr in die mitte ich will in die mitte jetzt nehmen wir jetzt wiener wieder wüsstchen weil ich kein stern gott verlangt die folter geht weiter diese schlimme vorteil und diese abscheußliche folter hey du dover eselaffe wie du mir so ich dir das hast du verdient das gibt es gibt es nicht jetzt hat er auch noch eine chance auf den stern ich habe noch gar nicht gemacht und dann hat er toll gut ich habe noch nicht du hast ja aber zu glücklich nein ich habe eine menge münzen bekommen wird genug waren wichtig genau sieben genauso viel braucht jetzt bitte nicht auf dem baufall irgendwo landen ich sehe da die rad wieder ein paar münzen die muss mir einschnappen ja dann kommen sein bruder ja nein warum nicht du hast dich genug ich will schon wieder auf neu er stimmt da irgendwann nicht so war kann ich sowieso nicht bezahlen oder doch der kostet nur eine münze es gibt zwei brücken ja schon jemand den browser irgendwann ja treffen ja also das war ja die kippeligen rahmen der rahmen ist kippelig was wie bist du schon fertig ich bin so schlau bin und so schlank und rang ich will ein paar minzen wenn man auf letztem platz komm jetzt nicht voran die case ein bruder sowieso bau sagt ja lang wollen finden wir sehr ewig in den kreis laufen ja wir drehen uns im ewigen kreis jetzt beklaut der affe schon wieder wir kommen ja irgendwie nicht voran ich bin mir mal ein paar münzen nicht gleich wieder beim browser verliert irgendjemand land mal auf den fragezeichen dingen ja gibt mein bestes es ist bist du bett wenn man hier nicht nur irgendwie so zwei minzen oder so ja und auch minzen sagt es hier es war knapp das heißt du verlierst vier münzen also eine eingesammelt hat ist wie dieser blöde aufwärtsig freud ja komm er auch nicht mehr reinpackt können ja und auf der verbrügelung wenn wir jetzt er verprügelt uns er verprügelt uns schon wieder umrecht bin ich wieder vor dass ich will ich wieder vor sein damit man so immer sicher ausgezeichnet irgendwie kommen wir nicht voran er ist schlauer geht nach links ich sollte sich noch ein paar münzen umschläge dass wir nach oben gegangen ja das kann manchmal passieren es gibt zwei sekunden nachgedacht der verdammte auch wenn ich wieder auf dem letzten er darf er darf aus dem bodenrahmen ich muss mich jetzt im nächsten zug retten und da sind wir alle gemerkt allerdings und so waren jetzt nehme ich den hier richtig weißt du als war es soll so ein typisches tpu verhalten irgendwie auf schwer wir würden nämlich niemals machen stellen wir vor du machst eine riesige stammverteile mit noch so ein stach ja ja und wir bleiben draußen aber hier kommen wir nicht rein nein ich bin schließlich abend man weiß ja mal was beim letzten mal passiert ist aber diesmal war jetzt besser ich entscheide mich mal diesmal mich zu bewegen nein ich habe es ich bin eigentlich nur ich für die netten stadt und wer doch wolf wäre nein nein aber ein kleiner verliert sowieso jetzt alle meine münzen ok in der nächsten runde finde ich alle meine münzen der kann sich so gleichen stern holen ja cool und wenn du veränderst das sind super irgendwann steht mit dem spiel nicht er kann irgendwie seine spieler hat so was leicht sadistisches ansicht irgendwie oder so irgendwie hinterlegt daher so hier machen so luigi macht was richtig im leben er hat was erreicht in seinem leben habe die strudel gesehen man kommt nicht zur insel rüber spiel für dich ganz ganz viele münzen bekommen und ich werde davon gar nichts sehen ja vor allen dingen für der für denjenigen der auf den blumen steht 1 2 1 da auch was ab niemals nein ich habe eine mütze bekommen höre ich auch ich würde lieber springen sonst fesse gleich noch runter sie sehen sie durch sie durch diesen green haften typen an jetzt so greedy schön also auf die vielleicht alle im nächsten zug ich habe eine münze bekommen wirklich soll jetzt ein stern ja regen sie sich doch ab wenn ich sollte nach vorne der joshy am strand bald weil weil er seinen freund nicht besuchen kann ich war noch nicht auf mein herz hat ich habe keine seele aber ich gebe weiter in diesem dich auch wenn er kein leichter sein wird ja er ist bestimmt steinig und schwer hat denn die meiste münchen hey dk was geht bruder okay bis er würde 1 2 3 was macht der pilz noch mal dann kannst du würfeln wenn du pilz also ja das noch mal würfeln bei giftes müssen darunter aussetzen was erwartet noch so einen kleinen pro gamer move ich weiß ich werde die sowieso nicht lange halten können etwas glück das ist das höchstenspiel spielen das glück verändert sich die position ja und da kommt wir natürlich nicht weg und nein schon muss er nur geld sprechen ich habe jetzt gar nicht auf was ich wollte jetzt gerade ein ob ich gar nicht aufgepasst ist richtig davon vergessen dass ich noch aufpassen muss wo der erste ist ich hätte sowieso gelacht wenn du verkackt ist ich hätte so gelacht die zunge mein blöder das ist so ein assi verhalten ich nehme mal den stern aus aber wahrscheinlich weil ich zweiter bin guck mal da die münchen die er mir gerade geklaut hat ist jetzt wieder weg das ist doch nicht wahr jetzt kriegt er auch noch die chance noch mehr münzen zu kriegen ich weiß wo ich mich hin pflanze muss sicher ist aus dem weg alles in ordnung dir geht es gut ich komme auch irgendwie nicht voran ich komme auch irgendwie nicht voran ich komme auch irgendwie nicht so wie geplant irgendwie nicht nein 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 der ist wahnsinnig das macht das ein chance das gibt mir alle eure münchen bevor ich wollte verlieren da geht mir alle eure sterne bevor ich gewalt anwenden tauschen die münzen wow die kehrt hat wieder ein paar müssen die er weg geben kann labyrinth konzentration aber es war ganz recht ja es war ganz recht naja so mäßig ja ich habe falschen gesehen okay die keil donkey kong ist hier voneinander das ist natürlich sehr gut wenn einer von euch mal ja das heißt dieser party sitzt zu ende im nächsten part sehen wir dann den rest vom schützen fest bis dann leute ciao bye-bye bye bye-bye 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 bye-bye